Kochen ist ein Handwerk, ja? Ja, ich finde das auch gut. Es ist nicht im Wohnzimmer, finde ich auch. Ja, also... Es hat nicht hier so ein bisschen Schickimicki... Stopp mal, wo ist denn die Scherze? Brauchen wir noch eine Scherze? Ja, gut. Geht doch, das wollte ich jetzt nur hören. Das ist die Barbecue-Sauce, genau. Die Rezepte stehen nicht übrig. Das Gehackte muss durchgemengt werden, abgeschmeckt werden. Der Käse muss rein, weil die braucht locker eine Stunde. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Das passt nicht. Geh mal rein, ich schaue mir noch mal was Kleines. Ja, genau. Auch für 7,90€ das Ding vom Ikea-Rollen, das funktioniert auch super. Das ist lecker. So, jetzt spritze ich rum, ha? Ja, ich war's nicht. Das ist jetzt im Ofen gemacht, ja, genau. So! Warte ich auch nicht, heilke. War schon Spaß. Geil! Jetzt haben wir jetzt ruhig mal eine Lampe reinbauen können. Ich hab's ja im Auto. Ich hab's im Auto. Schöne! Ich hab's Spaß mit dem. Ich hab's Spaß mit dem. Bei dir! Zum Trinken! Ich hab's mal Cook, dann könnt ihr da. Es geht. So! Ich hab's mal Eiskol. Ja! Ich hab's auch schön im Oli. Vielen Dank.